Ich fühle mich wieder zu Hause und wurde auch super hier von den Leuten begrüßt. Ich bin einfach happy, jetzt hier dabei zu sein. Wie gesagt, wir werden alles dafür tun, bis zum Ende oben dabei zu sein. Ich werde meinen Teil dazu hoffentlich auch beitragen. Der Verein wollte mich ja eigentlich nicht verkaufen. Der Verein Ankara, die wollten mich gerne ausleihen und wollten, dass ich dann im Sommer wieder zurückkomme. Aber ich wollte das nicht. Ich bin jetzt auch keine 20, der sich dann ausleihen lässt und dann wieder irgendwo hinkommt. Und ja, wir hatten dann halt mit Marco telefoniert gehabt. Wir waren ja immer in Kontakt gewesen. Ich war ja mit Carsten auch, habe ich ein paar Mal gesprochen gehabt, wo ich auch schon in Paderborn war. Und ja, Marco hatte mich dann angerufen, wie es mir geht und so. Und ja, und dann ist es dazu gekommen, dass ich dann jetzt hier bin. Das war so der ausschlaggebende Punkt. Nesu Taylor hat dich schon den türkischen Beckham genannt. Ja, der Matt, der macht immer so Witze und das kenne ich auch schon aus Paderborn von ihm. Und das darf man nicht so ernst nehmen.